Ok, von hier aus geht's nirgends weiter, das heißt wir müssen da oben mal weiter gehen. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Ein ehrloser Hinterhalt! Feindlicher Angriff! Und los! Für die Rune! Nein, ihr werdet alle sterben. So, den da hatten, haben wir schon. Ok, da oben ist ein Nava-Element. Oh, da ist der Weg hoch, ok. Auf mein Zeichen! Also ja, wir walzen hier einfach mal durch mit unserer Armee. Wir sind der Tod! Äh, zwei Hexenmeister und ein Havok. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Euer Blut wird in den Boden drängen! Feindlicher Angriff! Gebt euren Würfel! Gegenwehr ist vergebens! Zählen kann ich auch nicht, das ist ja schon genug. Tod und Verzillt! Halt doch still! Wen soll ich töten? Aria-Kontakt! Bereit! So! Und los! Mir nach! Oh, da ist ne Truhe! Mit nem Aria-Kristall! Vorwärts! Unter Fahrungspunkten! Schnell! Berichtet Agamon vor der Bestrafung der Diebe! Folgt mir! Auf meinem Befehl! Ok, ging leichter als gedacht. Sofort! Das heißt, es gibt keine neuen Gobbos. Hier! Mir nach! Und los! Und wir können uns erst einmal in Ruhe umsehen. Folgt mir! Also ja, das hier sieht auch aus wie ein Ort, wo Goblins gespawnt wäre. Folgt mir! Oh, Porta zum Kolosseum. Schnell! Inklusive einer Truhe und nem Seenfelsen. Und los! Aber ja, schauen wir uns erst einmal zu Ende um. Hier ist nochmal so ein... Vorwärts! Gebiet. Ganz ehrlich hier... Hier könnte ich meine Armee parken. Mir nach! Mir nach! Schnell! Sofort! Und mich hier unten alleine umschauen. Hier wäre der Weg zum Vulkan. Und ja, sicherheitshalber einfach mal... reichern. Kann nie wissen, was passiert. Ah ja, gut. Das war einfach. Und schmerzlos. Ich meine, wozu eine zweite Armee... Also hätten sie gewollt, dass man da nochmal eine frische Armee aufbaut... Auf mein Zeichen! Das über Portale... Sofort! Und ich über... Schnell! Tore lösen sollen. Und los! Hm. Folgt mir! Okay, dann gucken wir uns mal erst den Vulkan an. Folgt mir! Dann gehen wir runter und hier in das Ruinengebiet, wo... mal wieder Tote auf uns warten. Und hier scheint auch noch was zu sein. Auf meinem Befehl! Vorwärts! Und los! Also ja, an alles vom brennenden Felsen kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Und los! Zum Beispiel, dass da ein Elfenmonument war, hatte ich auch total vergessen irgendwie. Folgt mir! Ich wusste nur, dass der brennende Felsen sehr komische Quests hatte. Ja, jetzt haben wir schon mal zwei Hattiko-Puppen. Folgt mir! Das ist auch etwas. Ich weiß nicht mehr, ob ich das Hattiko spiele. Sofort! Schnell! Mir nach! Jemals hingekriegt habe. Mir nach! Auf mein Zeichen! Der Lava Golem soll ein Witz sein, oder? Folgt mir! Vorwärts! Vorwärts! Oder war der dazu da, damit man sich nur sicher fühlt? Schnell! Jetzt kommt hier gleich... Feuerstein! Bereit! Und los! Und noch ein Feuerstein. Und ein Lava Golem. Und noch ein Feuerstein. Auf mein Zeichen! Bringen wir es zu Ende! Schlagt sie zurück! Bereit! Und los! In die Schlacht! Hier! Verstärk die Deckung! Sofort! Für die Freiheit! Und los! Schließ die Reihen! Sie sind überall! Bereit! Und los! Also wofür auch immer das gut war... Ja, das dachte ich mir das hier in Bugs 7... Vorwärts! Aber ernsthaft? Pfff! Haben sie dann die falschen Gegner hingesetzt? Schnell! Das ist echt ne gute Frage. Ja, zweites Bank-Siegel. Ja, zweites Bank-Siegel. Toll, ich habe den Lava-Rubin immer noch. Mal sehen, ob ich ihn nach der Quest verliere. Da wird es höchstwahrscheinlich weiter gehen. Auf meinem Befehl! Sofort! Und los! Oh! Sofort! 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 Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Das kitzelt! Feindlicher Angriff! Hier! Schnell! In die Schlacht! Sie sind überall! So, die Schnell! Feindlicher Angriff! Die ist etwas... Naja, auch nicht ganz so arg viel schwerer. Sie sind überall! Sie sind überall! Sie sind überall! Auf meinem Befehl! Sie sind überall! Sofort! 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 Oh��! Sofort! Sofort! Oh ja, da oben ist es. Stimmt ja, wir haben es in diesem Teil noch nicht entdeckt. Wo könnte es besser platziert sein als hier? Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Hier, schnell! Und los! Sofort! In die Schlacht! Ja, das Mosaik. Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Auf mein Kommando! Oh! Auf meinem Befehl! So, und ich darf dann absuchen, wo die Träger der Teile sind. Aus dem Untergrund enttöte ein tiefes Summ. Großer Hüter des zweiten Fragments. Okay. Okay. Wäre cool, wenn sie immer hier aufploppen würden. Die meisten da können nicht viel. Oh, der Herr der Rache hier. Der könnte ein bisschen doof sein. Also ja, zwei Teile waren schon drin. Ich glaube... der Herr der Rache hier dran. Vielen Dank.